In diesem Video möchte ich dir ganz kurz die neue Drag & Drop Funktion von Contao 4.9 vorstellen. Drag & Drop funktioniert eigentlich schon seit Contao 4.6, aber wenn du natürlich noch auf Contao 4.LTS bist und das jetzt dann auf Contao 4.9.LTS aktualisierst, dann würde diese Funktion gefallen. Ab sofort kannst du ganz einfach per Drag & Drop in die Dateiverwaltung deine Dateien ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Desktop eine Datei hätte, dann kann ich diese einfach hier fallen lassen und schon ist die Datei in meinem System hochgeladen. Das Schöne daran ist, dass das Ganze natürlich auch direkt in den Artikeln funktioniert. Das bedeutet, wenn ich hier zum Beispiel im Bereich Bilder bin und ich habe hier ein neues Bild und ich sage hier Auswahl ändern, dann kann ich auch hier sofort einfach eine Datei hochladen. Ich gehe hier einfach wieder auf meinem Desktop, lasse die Datei hier fallen, habe die Datei hier hochgeladen, klicke die Datei an und schon habe ich eine neue Bilddatei hier in mein Backend eingefügt. Und das ist wirklich eine enorme Arbeitserleichterung, denn das Ganze geht natürlich ja so wesentlich schneller, als wenn du das Ganze immer per Plus und hochladen. Wenn du also noch eine ältere Version wie Contao 4.6 nutzt, dann empfehle ich dir, mach möglichst schnell dann das Upgrade auf Contao 4.9, denn dann kannst du diese geniale Drag & Drop Funktion nutzen und deine Redakteure werden es dir sicher auch danken.